Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels, heute mit den GLP.TV-Leveln. Wir fangen an mit dem Level von Pana Jota. 960 Aufrufe von heute. Okay, viel Spaß, mein erstes Level, warte nicht zu viel. Ach, mache nicht. Das mache ich doch nie. GLP.TV ist das Bette. Ja? Jetzt, da ich deine Aufmerksamkeit habe, folge dem Weg. Viel Spaß. Als ich das sonst nicht gelesen hätte. Was da steht, GLP.TV, das muss ich lesen. Folge dem Weg. Ist das eine geheime Botschaft, die man erst entschlüsseln muss? Was? Was stand da? Oh, Mann. Jetzt noch Bot Run, ob du willst oder nicht. Oh, oh. Okay. Das war sehr, sehr kurz und sehr, sehr schnell und nicht schwer. Ja, also nicht so gut. Ne, finde ich nicht toll, Pana Jota. Dann das Level vom Monster Fanboy XD. Mein erstes Level, ich hoffe, es gefällt dir. GLP.TV ist das Beste in dem Universum. Ja, glaube ich auch. Oh nein. Dominator, ja. Alter, es hat nicht explodiert, aber egal. Genau. Aber vielleicht. Ich habe da nämlich was gesehen. Mit ein bisschen Glück. Ach, schade. Aber ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Wow. Man, you wow. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Da kommt man aber auf jeden Fall. Oh. Lang. Und. Ja, ich bin zum Wald geflogen. Genau. Holy moly. Holy moly. Nein. Hat es jetzt Timmy geschafft und ich nicht? Ja, geil. Mein Unterkörper auch. Perfekt. Oh. Mann. Hey. Macht Spaß. Also mittendrin. Leichenteile fliegen rum. Man wurde gerade mit einer Mine weggesprengt. Denkt man sich einfach. Ach komm, das ist eigentlich ganz geil. Boah, wie viel Pech. Oh. 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 Nein, 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 nein. Ich werde das nie schaffen. Also ich werde es hier nicht so optimistisch klingen. Hä? Das meinte ich gerade übrigens nicht. Ich meinte pessimistisch. Aber ich wollte euch verarschen. Oh. Ich würde es doch nur einmal hinkriegen. Das hat nicht zu viel verlangt. Oder ich war ja sogar schon drin. Oh, das Spiel dachte sich einfach. Manuel, nee. Alter. Ich rufe mich gleich um. Oh. Wie habe ich das denn gerade so oft und gut geschafft? Ich ver... Danke. Hoi, Timmy und Manuel vereint. Äh. Komm, Timmy. Oh, Mann. Hauptsache, Timmy hat seinen Spaß. Okay. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Trauriges Leben, was ich hier habe. Äh. Vielleicht sollte ich mich auch nicht so auf die Minen konzentrieren. Die sind zwar toll. Ja. Okay. 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 Dann vorbei und... Oh, nee. Mann. Äh. Genauso. Nein. Ach. Ihr versteht vielleicht meine Frustration. Ja, geht doch. Oh. Den Kopf verloren. Timmy hat auch seinen Kopf verloren. Ja, immer ein Partnerlook. Schöner Partnerlook. So, würde ich auch gerne rumlaufen. Dann das Level von Ramkowga. Hey. Checkpoint 1. Oh, nein. Noch so ein Ding. Oh, nee. 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 Nein. Timmy. Ah, du scheiß Opfer, ey. Jedes Mal stirbst du. Ja, komm, dann nicht. Nein. 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 Ach, ich lebe noch. Ah, jetzt ist der Bär. Ah. Checkpoint 1 wahrscheinlich. Oh. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Okay. Da oben ist bestimmt irgendwas. Oh. Ja. Das war irgendwie klar. Aber es bringt mir nichts, wenn ich... Oh. Ja. Wenn ich mich nicht rumdrehen kann. Ich habe Timmy abgeschmiert. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Mama. 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 Komm, guck mal. Ich habe es geschafft. Ach. Nie kommt die und guckt. Hallo Leute und GLP. Das hier ist ein kleines Level. Ich denke mal, ihr werdet Spaß haben. GLP.TV. GLP.TV. Ja. Werde ich auch. Werde ich Spaß. Ja. Hallo. Hallo. Liebe Leute. Und hallo GLP.A. Das hier ist ein kleines. Aber vorhin ist ein kleines Level. Ich muss. Ja. Ja. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Nein. Ich bin ungegriffen. Hilfe. Bitte greif mich nicht mehr an. Das tut weh. GLP.TV. Wow. Ja. Ja. Man wisst ja. Das wäre so gute Werbung. Also GLP.TV ist ja irgendwann mal zu einem Insider geworden. Schon vor einem Jahr oder länger. Und das wäre so gute Werbung, wenn da echt irgendwas zu finden wäre. Ich meine, da gibt es was. Mein Kanal. Wow. Den kennt er auch so. Aber wenn es irgendwie eine echte Homepage wäre, dann wäre das echt gute Werbung. Wollte ich mal gesagt haben. Aber da werde ich nie eine Homepage draus machen. Glaube ich. Äh. 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 Ach. Gott sei Dank. Du hast es geschafft. Du bist der Beste. Die besten LPs auf GLP.TV. Ja. Ja. Ein kleiner Rope-Swing für mein Lieblings-Setsplayer. Werbung abonniert. Okay. Das zensiere ich einfach mal. Rende vor dem Harpoon weg. Es ist schaffbar. Stage 1. Stage. Oh ja. Oh. Was? Rende vor dem Harpoon weg. Es ist schaffbar. Okay. Ja. Ich habe es ja gerade eigentlich schon geschafft. Hä? Ich verstehe aber gerade nicht, wo der Sinn dann ist. Weil ich ja sofort... Soll ich die loslassen oder was? Äh. Mann. Ich verstehe es nicht. Ah. Ist es... Ist es durch sich? Ähm. Ah ja. Das meinte ich. Ob man da durchgehen kann. Durchlaufbar. Weiß ich, wie das heißt. Ah. Cool. Ja. Kurz. Aber nicht. Dann. Ah. Okay. Von Nico Trek. Äh. Ah. Finde ich nicht übertrieben. Viel Spaß. Ja. Oh. Nein. Nein. Wollte ich nicht nehmen. Alter. Okay. Okay. Das kommt mir gerade so vor wie so eine Sekte. Weißt du? Oder nicht eine Sekte. Das sind so... Erinnert mich an die Szene bei Heroes. Als Scylla überall an der Wende... Oder allgemein. Das kennt man doch aus Filmen, oder nicht? Wenn irgendwelche Geisteskranken immer irgendwas wiederholt an die Wende klatscht. Ganz, ganz oft. Vergib mir. Vergib mir Gott. Irgendwie sowas. Und ich hab's einfach mit dem Weihnachtsmann geschafft. Wie gut bin ich? Oder wie einfach war das Level? Das ist jetzt die Frage. Creator 2013. Hier ein kleines Beitro für dich. Ah? Ah? Äh. Nein. Äh. 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 Tot. Kann man überleben. Kann man bestimmt irgendwie überleben. Ich glaub daran. Äh. Wow. Nein. Hätt ich nur auffangen können. Ja, toll. Och. Diese Scheiße, ne? Mach doch mal mehr Sport. Mann. Und. Äh. Äh. Ich glaub ich muss erstmal ein paar loswerden, dass ich meinen Arm irgendwie besser benutzen kann. Der. Also der will einfach nicht. Und wie viel kommt denn da noch? Ach. Ach. Gut, das war's. Ne, doch nicht. Ach. Hilfe. Das kommt einfach immer wieder zurück. Es braucht nur ewig. Okay. Gut zu wissen. Dann soll ich mal eben. Ich krieg's. Ich krieg's nicht hin. Der Arm ist einfach zu schwach. Warte mal. Wie war's denn? Ah. Okay. Hilfe bringt also nur, dass Tod überlappt wird. Ich dachte schon. Das moved sich dann. Das moved sich dann von Hilfe der Balken zu, zu Tod. Was zwar eine Hilfe ist, aber eigentlich auch nicht, weil dadurch ja dann das schwerer wird. Aber so ist es natürlich gut. Du verstehst nicht. Junge, weißt du, wie wir meine Finger jetzt tun dadurch? Mann. Okay, warte mal. Äh. Ah, wenn ich so ganz leicht grabe, dann geht's besser. Vielleicht auch nur mit einem Arm. Ich glaube, dass... Ja, doch. Komm. Wow, Manuel. Wow. Ja. Zuck. Zuck. Ich hab's geschafft. Ich war so stolz. Löffel. Der Klo-Mann. Iiih. Hm. Immer als Scheiße. Geil. Alter, nee. Das hast du nicht gemacht. Geil. Geile Belohnung. Okay, also entweder wir bleiben hier und ersticken an der Scheiße. Oder wir kriegen ein Schwert in den Arsch und sterben. In den Arsch. Rein. Mit meinem Bein. Ah. Oder wir fallen jetzt nichts. Das geht hoch. Ja. Komisches Level. Aber trotzdem. Lost Deck. Guten Morgen, du Typ da. Oder Typ hin. Ich habe mir sehr viel Mühe hier mitgegeben und bin jetzt noch total genervt davon, ständig alles von vorne ansehen zu müssen, um zu prüfen, ob alles klappt. Okay. Ja, das glaube ich dir. 30 FPS. 30 FPS. 81 MB. Sponsored by 30 FPS. dot com. Hä? Hä? Das wird immer größer. Boah, eine dohle Sache. Hä? Alter, wie lange war das denn? Ich würde eigentlich mehr rein übereinander machen, aber das wäre zu langweilig, glaube ich. Boah, irgendwann kaufe ich mir nochmal komplett neue Dominosteine. Ich habe noch, ich glaube, eine ganze Kiste voll oder zwei. Ähm, aber einfach mal ganz neue mit dem, mit richtig coolem technischem Schnickschnack auch. Wo man so richtig coole Bahnen mitbauen kann. Ah, ja, gut gemacht. Ah, da sind weiße dazwischen. Ey! Es war fies, aber mir gehen gute Ideen aus, falls ich überhaupt welche hatte. Oh, tritt einfach gegen den Kopf, wie nett. So, jetzt kommt nichts Besonderes mehr. Naja, trotzdem. War doch toll. Beginn des Level-Bounds 1932. Ende des Level-Bounds 2329. Das erklärt meine Unkreativität. Ja, danke. Das war doch, war doch nett. Das war doch nett, Noel. 1603. Und dann machen wir noch das Level von Luku. GLP.TV, Impossible. Hallo GLP. Welche Musik verwendest du am Anfang der Happy Wheels Parts? Viel Spaß. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kenne doch die Lieder nicht auswendig. Aber das sind alles, äh, größtenteils Lieder, die ihr eh nicht so runterladen könnt, soweit ich weiß. Es ist nämlich in Kooperation mit meinem Netzwerk so eine, so eine komische Seite, wo ich mir eben, wo ich eben so eine Sound-Bibliothek habe. Also kein Plan. Möchte ich überhaupt keine Ahnung. Oh, ja. Ja. Cool. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hoffe, ich hab's eben noch gehofft. Warum hab ich den immer noch angegriffen? Nein, egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Bewertet den und dann sehen wir uns heute um 16.30, 18.30 wieder. Schätzleiter, tschüss. Huuuah.